Der Umsatz der Patrizia-Werke ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Dann taugt das Management nicht. Gräber ist ein sehr fähiger Mann. Immerhin war Thomas zusammen mit mir auf der London Economic. Unternehmensberater kann ich schon nicht leiden. Aber noch weniger die Typen, die von der Business School kommen. Also wenn das so ist, dann ist das Belinde ausgedrückt. Wir als Frau. Was ist hier eigentlich los? Ach. Die wollte Patrizia auslöschen, kriminieren, klar machen. Also wenn der ganze Laden schon gegen die Wand gefahren worden ist, dann will ich doch wenigstens wissen warum. Zieh sie mal die Jacke aus. Wie bitte? Sie soll die Jacke ausziehen. Prima. Hose runter. Ich protestiere, das steht nicht in meinem Vertrieb. Wir sind inkognito hier, ja? Nur der Hoteldirektor weiß Bescheid, dass Sie eigentlich Herr Schmidt sind. Dass Sie eigentlich Herr Schmidt sind. Das ist völlig richtig. Jetzt hoffe ich nur noch, Sie sind auch diskret. Wir haben hier nämlich durchaus unsere kleinen Geheimnisse. Ja natürlich, selbstverständlich. Denn das versteht sich doch von selber. Perfekt. Ich stelle ihn ein, Patrizia. Was suchen Sie in Baden-Württemberg? Sie tragen ja seine Güterwäsche. Ihr Herr Bruder weiß alles. Genau genommen war es sogar seine Idee. Er wollte unbedingt Chauffeur sein. Jetzt sind wir nicht nur Betrüger, sondern auch noch Einbrecher. Ja, Alter, du fängst an, mir dermaß auf den Zeiger zu gehen. Ja, Alter, du fängst an.